Was haben wir? Wendelstraße, südlich vom Stadtrand. Weiblich, Ende 50. Am Eingang zum Rockwitz Musikfestival gab es eine Massenpanik. Wir rechnen mit einer hohen Anzahl leicht beschwerverletzter Personen. Sie haben eine schwere Gehirnerschütterung. Außerdem besteht der Verdacht, dass Sie sich an der Wirbelsäule verletzt haben könnten. Wir richten einen Triagebereich ein. Rot, akute vitale Gefährdung. Orange, dringlich. Katrin? Für dich, gelbe Zone, Kreislaufstabilisierung, Intubation, dann Spiral-CT. Alles klar. Können Sie Ihren Kollegen bitte sagen, dass er den Wagen ruhiger halten soll? Ja, natürlich. Lea? Lea! Lea! Lea!